So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, denn ich habe ja letztens die Samyang Quattro Cheese getestet, neben den normalen Samyang Bulldog Cheese, die ich sonst immer übelst gern esse, übelst gern mag, wie auch immer, meine Lieblingssotte war die ganze Zeit, haben jetzt die Quattro Cheese mit 4 Käse die Samyang Cheese abgelöst. Ich habe leider keine normale Packung mehr, ich habe jetzt leider also nur noch diese zwei Becher, die waren auch mega teuer, sind auch relativ selten zu erhalten, würde ich sagen, aber es gibt noch seltenere Sorten wie den Ice Type, die Sommeredition in blau, oder Creme Carbonara gibt es ja auch noch. Ich habe aber noch zwei Sorten, die ich noch testen möchte, eine die so ähnlich aussieht, zum Beispiel wie Creme Carbonara, möchten wir uns heute mal angucken und das sind diese Samyang Bulldog Ramen Rosé. Da steht extra hier Rose Rosé. Ich weiß nicht genau, die Packung unterscheidet sich ein bisschen von den anderen, weil das sind nur Vierer Packs. Normalerweise kenne ich das, dass das alles immer ein Fünfer Pack ist. Das ist ein Vierer Pack. Was das zu sagen hat, weiß ich nicht. Wir werden es auf jeden Fall so machen, wie immer. Ihr seht typisch natürlich hier das Samyang Hühnchen. Das muss auf jeden Fall drauf sein, sonst ist es kein Hot Chicken Flavor Ramen. Das ist ja das, worauf es mir ankommt. Ich brauche nicht alle Samyang Produkte, aber diese dicken Nudeln mit Samyang Geschmack, die möchte ich bitte mal alle durchtesten. So, vier Päckchen sind da drin. Ich stelle jetzt mal hier rüber. Und so muss ein ganz normales Samyang Päckchen aussehen. Man könnte jetzt denken, ach, das sieht aus wie Carbonara, aber nein, das ist Rosé. Da steht auch alles nur auf Chinesisch drauf. Aber ich werde es trotzdem einfach machen, wie ich es immer mache. Jetzt den Wasserkocher anwerfen und dann mal gucken, wie es aussieht auf dem Teller und was da für Tütchen drin sind. So, Adi sitzt schon bereit. Hier mal so das Tütchen, das machen wir jetzt mal auf. Ich bröckel das ja immer in den Topf rein. Dann fällt was daneben. Hier haben wir also eigentlich ein Beutel Soße, der immer dabei ist und dann immer einmal Gewürze, sagen die einen. Obwohl meistens ist da ja nur Alken und Sesam drin. Das ist ja nicht scharf. Bei dem anderen ist halt Käsepulver drin. Hier wird jetzt auch irgendein Rosenblüten. Genau, da sind die Rosenblüten drin. Und Adi, guck mal, ich habe schon gesehen, hier ist was abgegangen. Der Adi mag nämlich auch die Samyang-Nudeln total. Man darf nur nicht so viel davon essen, sonst wird er noch dicker. Wir haben wieder ein schönes Nudelnetz. Ich habe letztens mal wieder die Carbonara gemacht. Ich habe gesehen, bei den Carbonara ist das ja rund. Und irgendwie haben die Nudeln bei Carbonara auch irgendwie ein bisschen eine andere Konsistenz. Während ihr hier dieses typische Netz habt, was einmal in der Mitte gefalten ist und dann zusammengelegt wird. So, das Wasser müsste fertig sein. Diesmal habe ich auch nur 500 bis 600 Milliliter genommen. Adi, du merkst bestimmt jetzt, dass es heiß wird. Das letzte Mal habe ich ja einen Liter genommen. Da war es viel zu viel, weil ich es gewohnt war, dass ich immer gleich zwei Packungen mit einmal mache. Da brauche ich einen Liter und auch einen größeren Topf. So müsste das jetzt reichen. Man merkt halt direkt nach dem Eingießen, wenn man das ein bisschen in das Wasser reintaucht, wie aus diesem festen Netz, schon gleich die Nudeln anfangen weich zu werden. Das geht so schnell und so einfach. Dann nur noch abgießen, auf den Teller klatschen und das Pulver und die Soße drüber. Dann ist das Ding auch schon fertig. So mache ich es immer. So schmeckt mir das am liebsten. Ich will die Soße immer direkt auf die Nudeln und nicht, dass sie komplett verdampft, dass es dann wieder trocken wird. Jetzt sind die theoretisch weich, aber nicht zu weich. Das heißt, zack, sieb her, zack, Topf her, rein damit, weg. Ein bisschen abschwätzeln, dass hier alles rausläuft. Einmal in die Richtung, einmal in die, einmal in die nächste. Dann den ganzen Pottich nehmen und dann hier drauf. Und dann sehen wir wieder, dass das halt einfach voll die kleine Portion ist. Jetzt werdet ihr sagen, was, das schaffe ich nicht im Leben? Also ihr? Und ich denke mir so, hm, hätte ich lieber zwei gemacht. Aber es ist ja nicht jeder so verfressen wie ich. Jetzt tun wir es hier rüber, schmeißen die Soßen drauf und gucken uns das an, wenn es fertig ist. So, Nudeln sind da. Wir machen mal das Soßentütchen auf. Jetzt muss ich mal aufpassen, wie ich das mache. Ich sau nämlich immer den ganzen Schrank voll. und eigentlich möchte ich gerne dann die andere Tüte noch irgendwo hinlegen. Hier kommt die Soße. Pass auf, wie fett die wieder ist. Diesmal ist sie nicht so tief schwarz, aber trotzdem richtig breiig, wie Pflaummus schon wieder. Erinnert mich ein bisschen jetzt an die Curry-Soße. Also bei den Curry-Nudeln, bei den Samyang-Curry, ist die Soße gefühlt ein bisschen heller, nicht so tief schwarz, aber dafür noch breiiger und noch fester als alles, was ihr davor je gesehen habt. Und das ist jetzt auch so, das ist richtig fest und breiig. Also so an sich merke ich jetzt keinen Unterschied. Beim letzten Mal habe ich erst das Pulver drauf, es dann rum gemacht. War vielleicht nicht so sinnvoll. Ich sollte vielleicht jetzt es erst mal ein bisschen rum machen. Dass die Soße sich erst mal an den Nudeln verteilt und wir danach erst das Pulver drauf machen. Was auch immer das für Pulver ist. So. Das sieht doch jetzt schon gut aus, oder? Die Nudeln haben jetzt auf jeden Fall eine schöne Farbe angenommen. Der Teller ist auch schön eingesaut. Jetzt schmeißen wir hier dieses Tütchen drauf. Auch auf diesem Tütchen habt ihr noch mal schön das Hähnchen. Auf dem Tütchen ist das Hähnchen. Das klingt gut. So, und das ist jetzt total weiß und riecht irgendwie nach Schinken oder so. Ob das so sein soll? Im Endeffekt ist es jetzt wieder komplett falsch. Im Endeffekt ist das Pulver, was du im kochenden Wasser auflöst und dir dann eine Nudelsuppe draus machst. Egal. Jetzt haben wir das hier drauf. Es riecht irgendwie sehr also wie Bacon gleichzeitig auch irgendwie salzig. Schinken ist ja meistens sehr gesalzen. Ich mache das jetzt hier einfach rum. Richtig aufdringlich. Ich glaube, das könnte eine noch abgefahrene abgefahrenere Version werden als die Curry-Dinger. Den Curry fand ich persönlich auch schon sehr aufdringlich und sehr besonders. Jetzt fürs Thumbnail noch einmal reinhalten. Das riecht wirklich sehr streng. Ja, muss ich dazu sagen. Das also die Rosé. Das steht hier drauf. Nichts. Die haben auch das gekocht. Und dann auf dem Teller, wenn wir die Nudeln auf dem Teller haben, machen wir erst die Soße und das Tütchen drauf. Also das das ist nichts zum im Wasser auflösen. Das ist schon was wirklich, um es auf die Nudelportionen drauf zu machen. So sind wir mal gespannt. Rosé. Ich glaube, ich erkenne gerade was auf der Tüte. Ist das hier ein Backofen? Ist das hier Bacon? Sollen das Schinkenstreifen sein? Dann ist das ja genau das, was das so machen soll. Schinken. Cremiges Schinken-Mayonnaise-Ding. Dann ist es trotzdem irgendwie ein Creme Carbonara. Ich muss auch sagen, es ist sehr mild. Also fast alles Sorten, die ich kennen, sind schärfer als das. Das ist nicht so scharf. Das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht für Einsteiger geeignet. Es schmeckt auf jeden Fall deutlich besser, als es riecht. Den Geruch fand ich wirklich sehr aufdringlich. Da hatte ich erst Bedenken, aber der Geschmack an sich ist eigentlich in Ordnung. Schmeckt mir glaube ich sogar besser als Curry, weil Curry sehr aufdringlich war. Nicht vom Geruch, aber vom Geschmack. Hier ist es genau andersrum. Ich bleibe immer noch dabei, dass es hier irgendwie so eine Schinkennote hat. so eine Bacon-Ham-Schinken-Irgendwas-Node mit einer kleinen Schärfe dabei. Mit einer super genialen Verpackung, die einfach wirklich toll aussieht. Also diese Farbe ist doch ein Hingucker. Wer hätte nicht gern so ein Tütchen Nudeln zum Verschenken und sagt, hier, für dich, probier mal, Bro. Das finde ich gut. Da freue ich mich schon auf die restlichen. Das ist glaube ich ein Ding, wenn du einen Fünferpack hast, kannst du einfach fünf Beutel mit einmal machen, weil die Menge ist vielleicht dann das, was es zu bezwingen gibt, aber die Schärfe ist auf jeden Fall auszuhalten. Also interessantes Sorte. Nichtsdestotrotz schmeckt mir Quattro Cheese noch besser. Und das nächste Mal haben wir ja nochmal eine Sorte, die wir auch noch probieren wollen. Die hier, denn das sind die Samyang Bulldog Yambong. Yambong mit zwei J, mit zwei B. Samyang Yambong. Da ist auch eine Schärfeskala drauf im Vergleich zu anderen. Da steht aber wieder nichts. Das sind nur die Bilder drauf. Die Farben, die das ungefähr sind. Ich habe mir mittlerweile auch Habanero Lime bestellt. Wenn das kommt, werde ich das natürlich auch testen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.